Oh ja, jetzt kommt ja unser Konrad Küchenmeister, ein herausragendes Talent auch. Den können wir schon mal herholen. Ja, Herr Küchenmeister, kommen Sie doch schon mal rauf, bitte. Herr Küchenmeister, der ein oder andere Berliner kennt ihn schon. Genau, als Berliner ist man schon öfter mal an ihm vorbeigelaufen. Er war, glaube ich, sogar schon in Brasilien und wo warst du noch in der Welt unterwegs? Na, in China und in den USA und in Deutschland. Ich liebe das, wenn Leute das so beiläufig sagen, naja, in China und in... Er war in China, Applaus. In China, dann zeig uns doch mal, weil das ist ganz abgefahren, aber man muss vorher vielleicht ein bisschen verstehen, was du gleich machen wirst. Genau, Konrad sitzt nämlich an einer sogenannten Loop Station und wird jedes Geräusch einzeln ein, irgendwas, ne? Können wir das mal, kommen wir tauschen mal. Und dann beliebig nacheinander abspielen. So, also, weil das sind elektronische Geräte, die da versorgen, ist das, was wir tun, jetzt geloopt wird, ja? Soll ich mal einen Beat machen? Ich bin ja Beatboxer. Okay, ich schlug. Du sagst, wann ich da war. Okay, fang an. Jetzt kannst du noch sprechen. Fritz. 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 Radio Fritzen. Ja. Ich mag dein Instrument sehr. Wir sind gespannt, was du Tolles damit kannst. Konrad Küchenmeister. Toll. Aus Berlin. Ich muss kinken, der dauert jetzt ein bisschen. Mach es. Wie ist da. Auch das sind nicht. Ich muss kinken. Aber wenn man ist Liz間. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.